Ja meine Freunde, obwohl diese Woche ein bisschen im Zeichen von Formel 1 steht, dachte ich mir, ich kann mir das nicht in Geld lassen. Diese Woche folgt mir heute wieder die neue Folge TikToks of the Week und dieses Mal sogar ein bisschen früher, weil die Formel 1 ja genau startet, wenn wir hier sind und deswegen ja die Hotlab auch zu dem gleichen Zeitpunkt kommt. Deswegen müssen wir ein bisschen früher starten. Ich hoffe euch gefällt es. Lasst gerne ein Abo da, schaut gerne auf Insta und vor allem TikTok vorbei. Wir werden auch ein bisschen auf das Qualifying eingehen, aber falls ihr keinen Formel 1 Bock habt, es kommt so und so jeden Tag mindestens drei Clips, die definitiv nicht immer was mit Formel 1 zu tun haben. Wir starten direkt mal rein und zwar so sieht es aus, wenn man Fever Team of the Week Spieler wird. Wir gucken uns das mal an und schauen mal wie cool, die kriegen da so eine, also ich denke mal das ist wahrscheinlich nur das erste Mal, weil wenn das jedes Mal der Fall ist, ja Fever kann es sich leisten, aber schaut mal wie cool das ist, so eine richtige Schachtel und da ist dann natürlich ohne Rating. Das würde ich natürlich noch cooler finden, wenn das Rating noch drauf wäre, aber so ist es auch ziemlich okay. Das nächste, definitiv Russland oder Ukraine. Und ja, er probierte ja mal zu bohren, das ist ja ganz okay, aber ich glaube, die bohren will nicht ganz mitmachen. Ich schau mal allein seinen motivierten Blick auf. Und sie ist durchgebrannt. Und sie ist sofort durchgebrannt. Alter, das war aber so, das hat so crazy ausgesehen. Und ich würde die ausstecken und wegwerfen. Das nächste ist auch eine Frau springt auf dem 86. Stock und wir hören uns mal an, was da passiert. Eine Frau sprang einmal vom 86. Stock des Empire State Building, aber der Wind schubste sie zurück und sie fiel auf einen Vorsprung im 85. Stock. Sie überlebt. Sie ist, sie ist vier Stockwerke einfach runtergeflogen und hat das Ganze überlebt. Nur weil der Wind da oben so hardcore ist, dass es, ja, es ist Wahnsinn. Das nächste, ja, was soll man sagen, er hatte nur einen Job. Meine Damen und Herren, die weltweite Corona-Krise hat auch unsere beiden Länder hart getroffen. Wirklich. Ähm, ich will dazu nicht viel sagen. Also, die weltweite Kondomgröße. Das nächste, alte 4, äh, wenn man, wenn man, ja, keine Ahnung. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es bei manchen Homeschooling wirklich so aussieht. Äh, gucken wir mal an. Chip, ich höre dich sehr schlecht. Wie stelle ich denn die Stimmen lauter? Alter 4. Alte 4, genau. Umweg ist er. Ja, super lustig. Ne? Jetzt habe ich den technischen Support von der Schule anrufen müssen, um hier wieder ins Meeting reinzukommen. Jetzt haben wir 15 Minuten kostbare Unterrichtszeit verloren. Ich hab schon, ich kann gar nicht mehr reden, Leute. Ihr bringt mich wirklich auf die Palme. Einfach nur geil. Das nächste fand ich ein bisschen verstörend, muss ich sagen. Und ja, das nächste, gucken wir mal an. Wer kennt diesen Moment? Und, ja, diese Tropfen, das kennt man nicht. Dieser Blick, dieser Blick alleine sagt alles. Das nächste, ich glaube, das kennt jeder, ähm, dieses, ähm, ja, keine Ahnung, Sujus-Kanal, äh, das Boot, das quer steht. Und das könnte ein Grund dafür sein, warum er, ähm, warum er da quer steht. Ähm, er wollte an China oder hat vor Langeweile eine ganz spezielle Message an entweder seinen Chef oder an die Welt gemacht. Gucken wir mal an. Der Kapitän des festgefahrenen Containerriesen im Sujus-Kanal hat vor der Havarie möglicherweise absichtlich eine obszöne Spur im Wasser hinterlassen. Eine obszöne Spur. Die Wartezeit vor der Einfahrt in den Kanal hatte der Kapitän offenbar aus Langeweile zu einem fragwürdigen Penis-Manöver genutzt. Das belegen Daten eines Tricks-Trackers. Wie es zu der Havarie kam, ist noch weiter. Nie im Leben. Der Kapitän. Der, 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 wir fassen das mal zusammen. Er macht einen Millionenschaden, die komplette Weltwirtschaft wird dadurch beeinflusst. Nur für das, dass er 5 Minuten oder sagen wir mal eher so 5 Stunden den Spaß hat und einen Penis bemalt. Also wenn das wirklich der Fall ist, dann war das wahrscheinlich eine ganz wichtige Message an seinen Chef oder an irgendjemanden sonst. Äh, das nächste. Ja, gar alle Klischees erfüllt. Blond und blö. Sinnigerweise, ähm, hier. Was ist schwerer? Ein Kilo Beton oder ein Kilogramm Gold? Stellen wir uns auch mal die Frage, was ist schwerer? Ein Kilogramm Beton oder ein Kilogramm Gold? Ja. Beton. Oder? Beton. Beton. Ein Kilogramm und ein Kilogramm. Ganz klar, Beton ist schwerer. Das nächste. Das ist wirklich, ähm, das müssen Stuntmen ja jeden Tag machen. Guck dir, oh mein Gott, Alter, das ist so heftig. Das muss doch weh getan haben, oder? Und hier haben wir dann die Replay. Der Slow-Mo sieht's echt genial aus. Und das ist doch die Reaction von dem. Das ist unfassbar. Unfassbar. Okay, ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, das nächste, kennt ihr das nicht auch? Eure Tastatur ist ein bisschen dreckig und ich hab mir zwar noch nie gedacht, ich geb alle Tasten raus, ähm, das ist theoretisch bei nem Leben, aber auch eher so kontraproduktiv. Aber, ähm, er hat halt bei seiner Tastatur, die er wahrscheinlich, auf der er wahrscheinlich lebt. Weil, gucken wir uns das mal an. Also, ich, der lebt doch auf dieser Tastatur, Alter, da ist ja auch alles drin. Hoffentlich vertut er sich da nicht mit den Tasten, weil das ist, das kann echt schlecht auskennen. Aber eh geht, Alter, wie ekelhaft, wie viel Dreck da drunter biegt. Das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich. Äh, das nächste auch ziemlich cool. Respect Moments. Und der fängt nen Fisch mit seinen plussen Händen und mit nem Speer, aber das ist ja mal so übertrieben. Sieht so episch aus, ich mein, so wie vor hunderten Jahren. Und der hat, er hat ihn tatsächlich geholt. Oh mein Tee. Der Lehrer wird sich gefreut haben. Der Lehrer wird sich auf jeden Fall gefreut haben, dass der da die, die Tür eintritt. Und das ist auch okay. Oh mein Gott, Alter. Warte, flip, und dann, zack, und dann, oh mein Gott. Ja gut, das ist ein Karton oder so. Respect auf jeden Fall ist da. Also der Respect ist auf jeden Fall da. Das nächste kannte ich schon, hab's aber jetzt wieder gesehen und dachte mir, das müssen wir auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall in die Liste mit drauf nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, es gibt's anscheinend doch, aber, dass es wirklich solche Geräte gibt. Also der fährt da drunter, breitet das Ganze aus, dass da nichts daneben fällt. Das ist wahrscheinlich in der Stadt oder so. Und dann, shake it, baby. Das ist doch... Okay, es fliegen doch ein paar daneben, aber trotzdem, das ist wirklich real. Das ist extrem cool. Und fail, das nächste. Gucken wir mal an. Oh mein Gott. Sehr wenige Tage anscheinend. Alter, der schmerzt den Kinn weg. Aufs Nächste habe ich sogar reagiert vor ein paar Tagen auf einen TikTok-Account. Und zwar, ähm, das, 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 das... Mir geht das bis jetzt nicht rein. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also er schießt so und der, der war doch draußen der Ball. Und schaut mal, wie ernst das der Schiedsrecht nimmt. Der Schiedsrecht hat es geschafft und er war anscheinend nicht draußen. Und der, der, der... Er kann es selbst nicht fassen. Er hat eine gelbe Karte bekommen als Reservespieler und die Gegner einen Elfmeter. Äh, die gelbe Karte ist vielleicht okay, weil das ist anscheinend, habe ich dann gehört und haben ein paar in die Kommentare geschrieben, das ist eine Regelsatz 2019. Aber, dass man dafür einen Freistenden Elfmeter bekommt, obwohl der Ball schon draußen war, das ist, das ist für mich unerklärlich. Also, probiert es mir gerne zu erklären, aber ich verstehe es nicht. Also wirklich. Das nächste, mega cool, wirklich mega. Äh, muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen dafür. Äh, was würde passieren, wenn 5 Sekunden kein Sauerstoff auf der gesamten Erde, wäre? Gucken wir uns mal an. Das würde passieren, wenn nur 5 Sekunden lang kein Sauerstoff da wäre. Nach gerade einmal einer halben Sekunde sind bereits alle 7,6 Milliarden Menschen dieser Welt gestorben, denn ohne Sauerstoff haben wir auch keine Ozonschicht mehr. Die Erde würde also schnell mehrere tausend Grad heiß werden. Nach 1,2 Sekunden verdanken die kompletten 1,3 Trilliarden Liter Wasser in den Ozean. Nach fast 2 Sekunden... Nach 1,2 Sekunden würde es kein Wasser mehr geben, das heißt, wir hätten dann schon die Venus, den Mars, äh, irgend sowas von der, von der Oberfläche her. Mit unser Blut schwarz und unsere DNA zerfällt dabei, das zu großen Teilen aus Sauerstoff besteht. Nach 3... Äh, nach 1,8 Sekunden so fällt erst unser Blut und wir werden schwarz. Wir sind doch sowieso schon tot, das könnte unser dann theoretisch schon, oder das würden wir ja gar nicht mehr mitbekommen. ...sekunden, dann verdunkelt sich der Himmel, da Sauerstoff zur Lichtbrechung fehlt. Die Folge? Ein Himmel, wie wir ihn seit 4,5 Milliarden Jahre nicht mehr hatten. Nach 3,8 Sekunden explodieren alle Kernkraftwerke dieser Welt, denn Kühlwasser gibt es nicht mehr und die Brennstäbe überhitzen. Es kommt zur... Erst nach 3,8 Sekunden würden die, ähm, würden die, 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 äh, Atomkraftwerke, ähm, ja, explodieren. Also, das ist natürlich... Kernschmelze. Nur eine Millisekunde später sind wirklich alle Lebewesen dieser Welt ausgestorben. Außer eins. Hitzebeständige Bakterien. Nach 4,2 Sekunden stürzen fast alle Gebäude dieser Welt ein, weil Sauerstoff ist ein wichtiges Bindemittel in Beton und Zement. Nach 5 Sekunden schließlich schlagen etwa 20 Astheoriten auf der Erde ein, denn durch die kaputte Erdatmosphäre verglühen sie nicht mehr. Ziemlich schlimme Vorstellung, wenn ihr mich fragt. Also natürlich, wir würden das Ganze nach eineinhalb oder nach einer halben Sekunde nicht mehr miterleben, aber du hättest dann wieder so, so, so Lebensbedingungen wie, wie zu Beginn der Zeit. Also, das ist natürlich eine ziemlich komische Vorstellung, aber, ja, das ist ja Gott sei Dank jetzt nicht so. Also, ähm, und das letzte heute, äh, Indycar, ist immer schon mega gefährlich gewesen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und schaut mal, wie der abhebt, der, wupp, und dann hat er das überlebt. Ich weiß ja nicht, aber das sieht echt hartk aus. Und dann so seitlich noch, ah, da ist aber alles weg, wirklich. Also, dieses Monocoque muss so einen, einer schweren Belastung aushalten, dann fliegt alles weg. Da hinten kommt noch einer, Alter, er schüttelt es noch und schaut auch unfassiert aus. Er bewegt sogar seine Hand und er steigt einfach raus. Das ist nahezu ein Wunder. Das ist, das ist wirklich nahezu ein Wunder, dass der da unversehrt, unverletzt und, ja, fast, fast wie eine gerade so normal aussteigen würde, aussteigt. Also, unfassbar, ich hoffe, Ferg war was dabei in den TikToks of the Week. Später um 17 Uhr, oder 17.15 Uhr circa, kommt die Hotlab. Und morgen werden wir noch ein bisschen über das gestrige Rennen in unseren Mega-Season-Rennen reden. Schaut gerne vorbei. Und ich kann euch schon mal sagen, morgen kommt auch Spider-Man online, unser erstes PS5-Gameplay. Schaut gerne vorbei, abonniert und schau gerne gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.